Die Grafschaft Wied, benannt nach dem rechtsrheinischen Nebenfluss Wied, war ein Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Bereich des Westerwaldes und des heutigen Landkreises Neuwied. Sie bestand etwa von Anfang des 12. Jahrhunderts bis 1806 und existierte von 1815 bis 1848 als Standesherrschaft innerhalb Preußens fort. Im Laufe ihrer Geschichte wurde sie zwischen den verschiedenen Zweigen des Wiedischen Grafenhauses mehrfach geteilt und wiedervereinigt. Die Obergrafschaft lag um die Zentren Dierdorf und Runkel an der Lahn. Die Residenz der Niedergrafschaft war bis 1653 die Burg Altwied. Anschließend bis 1848 die Stadt Neuwied, das Geschlecht zählt zum Hochadel. Geschichte Die Anfänge der Grafschaft Wied liegen im Dunkeln. Ihr Territorium wie auch das der späteren Grafschaft Zein, die rechts- und linksrheinischen Gebiete der Kölner und Trierer Kurfürsten sowie die dort gelegenen Besitzungen des späteren Herzogtums Jülich, des Hauses Nassau und der Pfalzgrafen bei Rhein waren Bruchstücke der ehemals Salistschen und staufischen großen Pfalzgrafschaft, die ihrerseits aus dem fränkischen Lotharingien hervorgegangen war. Eine Grafschaft Wied als eigenständiges Territorium wird erst fassbar, als diese ursprüngliche Pfalzgrafschaft zerbrochen war. Sie galt aber stets als Lehn der Pfalzgrafen bei Rhein. Als Begründer des Hauses Wied gilt mit Fried, der Gaugraf im Engersgau war. Die Familie war nördlich der Lahn, aber auch linksrheinisch begütert. Er und sein Bruder Richwin von Kempenich werden 1103 in einer Urkunde des Stiftes Münster-Malfeld als Zeugen genannt. 1129 erscheint derselbe Metfried in einer Urkunde des Klosters St. Thomas in Andernach, diesmal unter der Bezeichnung Melfridus de Vitell. Dies ist der erste eindeutige Hinweis auf eine eigenständige Herrschaft dieses Namens. In ihr verband Metfried wahrscheinlich Eigenbesitz um die später Altwied genannte Burg, deren Bau in dieser Zeit begonnen worden sein dürfte. Mit Herrschaftsrechten, mit denen ihn der Pfalzgraf belehnt hatte, Metfrieds Sohn Arnold war Kanzler des staufischen König Konrads III. und Erzbischof von Köln, was die Bedeutung der Familie in dieser Zeit unterstreicht. Nachfolger Metfrieds wurde sein Sohn Siegfried von Wied, Graf Dietrich von Wied, ein Enkel Metfrieds. Tritt in einer am 26. April 1158 in Sinzig ausgestellten Urkunde neben dem Pfalzgrafen Konrad als Zeuge in Erscheinung. Es wird nicht überliefert, dass der Pfalzgraf Dietrich von Wied belehnt hätte. In einer widischen Urkunde vom 25. Dezember 1190 dagegen trägt ihm der kölnische Erzbischof ein Lehn zu Eubrück im heutigen Kreis Aweiler auf. Den Söhnen des Grafen wird darin das Erbrecht an dem Lehn zugestanden. Aus der Sorge vor einer möglichen Entfremdung nicht aber seiner Tochter Feodora, die den Grafen Bruno von Isenburg geheiratet hatte. Neben Eubrück vergab Erzköln im 13. Jahrhundert noch weitere kleine Gebiete im Bereich Koblenz und Neuwied an die Grafen von Wied zu lehnen. Wahrscheinlich beherbte Georg von Wied seinen Vater Dietrich. Er nahm am 5. Kreuzzug teil und trat hochkundlich öfter an der Seite der Grafen von Zehn und der Pfalzgrafen auf. Da er offenbar keine Erben hinterließ, erlangte sein Bruder Lothar die Herrschaft. Auch er hinterließ offenbar keinen erbberechtigten Nachkommen. Da die übrigen Söhne und Töchter Dietrichs in den geistlichen Stand getreten waren, blieben nur Nachkommen seiner Töchter Feodora und Iselda als Erben der Grafschaft Wiedübrich. Vollends deutlich wird das Lehn's Verhältnis der Grafschaft wieder. Am 5. März 1243 an diesem Tag übertrug Lothar sein Lehn an Theodoras Söhne Bruno und Dietrich. Bereits 1238 hatte der Pfalzgraf Otto bei Rhein bestätigt, dass er nach Lothars Tod Bruno und Dietrich mit der Grafschaft Wied belehnen wolle. Die Urkunde besagt, der widische Graf befinde sich nunmehr dank der Großzügigkeit des Pfalzgrafen in der Pflicht eines Vasallen. Mit Lothar starb 1244 Dekasekunden erste Grafenhaus aus, sodass die Hälfte der Herrschaft an die beiden Isenburger überging. Als Erben der anderen Hälfte treten die Herren von Ebst ein, auf deren Anteil bereits 1306 an die Grafen von Fürneburg verkauft wurde. Als zweites Grafenhaus kann man somit die Nachkommen des Bruno von Isenburg bezeichnen, die Grafen von Wiedisenburg. Die von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts die Geschicke der Grafschaft lenkten. Der rechtliche Zustand als Lehn der Pfälzer Kurfürsten blieb auch für die nächsten Jahrhunderte erhalten. Daher bekannte Philipp von Isenburg im Jahre 1352, dass er die Freiheit des Gerichts zu Bendorf von dem Pfalzgrafen Ruprecht erhalten hätte. Neben dem Lehn der Kurpfälzer hatten die Grafen von Wiedisenburg auch noch die im 13. Jahrhundert erhaltenen Gebiete vom Erzbesturm Köln inne. Bruno III, der Sohn von Bruno II, bat 1265 den Kölner Erzbischof, um Erlebnis diese Lehn veräußern zu dürfen. Die Veräußerung erfolgte jedoch nicht, da der Sohn Johanni, 1276 seinerseits von Erzbischof Siegfried von Westerburg, die Erlaubnis erhielt, das Lehn für seine Ehefrau Agnes als Leibzucht zu verwenden. Die letzten nachweisbaren Kölner Lehnbestätigungen erhielt der Enkel von Bruno II, Wilhelm I., von den Kölner Erzbischöfen Elekt Adolf II. 1363 und von Friedrich III. 1372. Da Wilhelm II. von Wiedbraunsberg-Isenburg 1462 ohne männlichen Erben starb, fiel die Grafschaft an Dietrich IV. von Runkel, der mit einer Nichte Wilhelms Anastasia von Wiedisenburg verheiratet war. Schon 1460 jedenfalls belehnte der Pfalzgraf Friedrich IV. von Runkel, den ältesten Sohn Dietrichs aus besonderer Gnade für seine geleisteten Treundienste, mit der halben Grafschaft Wied. Dieser Graf erhielt dann 1473 aus der Hand des erwähnten Pfalzgrafen als Lehn sogar die ganze Wiedische Grafschaft. 1477, nachdem Pfalzgraf Philipp die Regierung übernommen hatte, wiederholte er diese Belehnung der ganzen Grafschaft Wiedernfriedrich von Wiedrunkel, Friedrich IV. wurde somit zum Stammvater des dritten und letzten Grafenhauses des Hauses Wiedrunkel. Er hatte vier erbberechtigte Söhne, von denen zunächst 1488 der Älteste als Wilhelm III. die Herrschaft antrat. Wilhelm konnte zusätzlich die Grafschaft Muss erwerben. Da er 1526 ohne legitime Söhne starb, erbte sein Bruder Johann III. Die Grafschaft Wied, während Muss über seine Tochter Anna an die Grafschaft Neuenahr fiel. Die beiden jüngeren Brüder, Hermann und Friedrich, waren geistliche geworden. Hermann war seit 1515 Erzbischof von Köln, Friedrich Bischof von Münster. Obwohl Hermann und Friedrich im Zuge der Reformation ihre Ämter niederlegten, traten sie nicht wieder in die Erbfolge ein. Beim Tode Johanns teilten dessen Söhne, Johann IV. und Philipp die Grafschaft Wied in die sogenannte obere und untere Grafschaft. Diese Teilung wurde endgültig. Denn obwohl die verschiedenen Seitenlinien im 16. und 17. Jahrhundert zum Teil nur ein oder zwei Generationen fortbestanden, wurde beim Rückfall diese Teilung jedes Mal in der nächsten Generation unter den beiden ältesten Söhnen erneuert. Friedrich III., der 1653 die Stadt Neuwied gründete, teilte 1640 mit seinem Bruder Moritz Christian ebenfalls nach diesem Schema die Grafschaft. Friedrich III. wurde somit der Gründer der Linie Wied-Neuwied, Moritz Christian der der jüngeren Linie Wiedrunkel. Wiedrunkel erlangte 1726 auch noch die Grafschaft Griechingen. Bis weit ins 18. Jahrhundert wurden die Grafen von Wied weiterhin von den Pfalzgrafen belehnt. Zuletzt 1721 Graf Friedrich Wilhelm durch Kurfürst Karl Philipp. Dabei war die Grafschaft spätestens seit Einführung der Reformation wie ein reichsunmittelbares Fürstentum behandelt worden. Bis zu ihrer Auflösung gehörte sie zum niederrheinisch-westfälischen Reichskreis und ihre jeweiligen Inhaber waren als Mitglieder der westfälischen Grafenbank am Reichstag vertreten. Erst mit der Erhebung von Graf Johann Friedrich Alexander, dem Enkel Friedrich III. In den Reichsfürstenstand im Jahr 1784 scheinen die Belehnungen durch Kurpfalz ausgeblieben zu sein. 1791 wurde mit Christian Ludwig auch die Linie Wiedrunkel gefürstet. Johann Friedrich Alexanders Sohn Friedrich Karl war aber zugleich der letzte regierende Fürst zu Wied, weil er sich geweigert hatte, dem Rheinbund beizutreten. Wurde das Fürstentum 1806 auf Druck des französischen Kaisers Napoleon aufgelöst und dem Herzogtum Nassau zugeschlagen. 1815 fielen beide widischen Territorien an Preußen. Nach dem Verlust ihrer Souveränität behielten die Fürsten zu Wied Neuwied die Standesherrschaft über ihr ehemaliges Fürstentum im Rahmen des Königreichs Preußen. Als 1824 die Linie Wiedrunkel ausstab, beerbten sie diese und vereinigte die beiden widischen Teilgrafschaften nach fast 300 Jahren erneut. Im Jahre 1846 beantragte Fürst Wilhelm Hermann Kahl bei der preußischen Regierung die Aufhebung der Standesherrschaft. Weil das kleine Fürstentum sich nicht selbst wirtschaftlich unterhalten ließ, bewilligte Preußen diesen Verzicht. Damit hatte auch der letzte Rest der eigenständigen Grafschaft wieder aufgehört zu bestehen. Wichtige Vertreter des Hauses Wied Zu den bekanntesten Vertretern des Fürstenhauses gehört der 1782 geborene Prinz Maximilian Alexander, der mit seinen beiden großen Reisen nach Nord- und Südamerika von 1815 bis 1817 und von 1832 bis 1834 auf den Spuren Alexander von Humboldts wandelt. Der für die ältere deutsche Geschichte bedeutsamste Vertreter ist Hermann V. von Wied, der von 1515 Erzbischof und Kurfürst von Köln und seit 1532 zusätzlich Bischof von Paderborn war. Seit etwa 1540 hatte er sich dem Protestantismus zugewandt und zwischen 1542 und 1547 versuchte er mit Unterstützung der Landstände in Köln die Reformation einzuführen, was am Widerstand des Domkapitels und des Kaisers scheiterte. Prinzessin Elisabeth hatte zu ihrer Zeit als Schriftstellerin unter dem Pseudonym Carmen Silva einigen Erfolg. Sie heiratete 1869 Karl von Hohensollern-Sigmaring, der seit 1858 König von Rumänien war. Prinz Wilhelm akzeptierte 1914 die Krone als Fürst von Albanien, musste das Land aber nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs bereits nach wenigen Monaten wieder verlassen. Friedrich August Maximilian Wilhelm Karl VIII, Fürst zu Wied, Verheiratet mit Isabelle Prinzessin zu Isenburg aus Birstein, war bis März 2015 Chef des Hauses mit Sitz auf Schloss Neuwied. Seine Nachfolge trat sein ältester Sohn Franz Alexander Friedrich Wilhelm Maximilian als Titulärer IX, Fürst zu Wied an. Anordnungen zur Brandverhütung Der Verhütung eines Feuerbrandes dienten strenge Anordnungen des Hauses Wiedrunkel aus dem Jahr 1772 über die vorschriftsmäßige Hantierung mit Flex, Hanf, Stroh und Heu über den Gebrauch der Laternen, der Tabakspfeife, über das allabendliche Beseitigen von Spänen in den Werkstätten der Schreiner, Wagner und Bänder, Das tägliche Löschen des Ofen- und Herdfeuers zur bestimmten Abendstunde. Nach gleichzeitigen Bauvorschriften durften keine Holzschornsteine mehr errichtet, keine hölzernen Schläuche mehr eingebaut werden, die den Rauch der Feuerstätte zum Kamin zu leiten hatten, wie es untersagt wurde, Ofenrohr zum Fenster hinaus zu führen. Der Urheber der vorsätzlichen Brandstiftung soll nach Kaiser Karl V. peinlicher als Gerichtsordnung mit dem Feuer vom Leben zu Tode gebracht werden. Streng wurde darauf gehalten, dass stets jeder Hauswirt einen mit Wasser gefüllten Zuber bereitstehen und einen mit Namen versehenen ledernen Feuerheimer greifbar hatte. Die jeweilige Gemeinde musste eine bestimmte Anzahl von Eimern vorrätig halten. Es durfte kein Einwohner heiraten oder als Untertan angenommen werden, der nicht den Gemeindeeimern einen neuen mit Jahreszahl und Namen versehenen zugeliefert hatte.